SHIFT, ein Programm der Stadt Wien zur Förderung innovativer Kunst und Kultur. SHIFT wendet sich an einzelne Kunst- und Kulturschaffende, Gruppen von Künstlerinnen, Kulturinstitutionen und neuartige institutionelle Kooperationen. Es werden innovative Projekte gesucht, die neue Wege beschreiten, progressive Ansätze verfolgen und bisher im Kulturbetrieb unterrepräsentiert waren. In Wien tätige Künstler und Künstlerinnen sind aufgerufen, Projekte aller Kunstrichtungen sowie genreübergreifende Projekte einzureichen. Mit der Gesamtsumme von 1,5 Millionen Euro werden 22 Projekte mit festen Summen gefördert. Über die Vergabe der Mittel entscheidet eine Jury unabhängiger Expertinnen und Experten aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst- und Kulturarbeit. Nähere Informationen zu den Förderkriterien und die Unterlagen zur Bewerbung finden Sie online.